Firmenbuch Österreich, Firmenbuch Gericht, Hauptbuch und Urkundensammlung Abhängig von der jeweiligen Rechtsform ist in Österreich eine Eintragung ins Firmenbuch gesetzlich verpflichtend oder aber auch freiwillig möglich. Dementsprechend stellt das Firmenbuch ein elektronisches und öffentlich zugängliches Verzeichnis dar, über welches die wichtigsten und rechtserheblichen Informationen abgefragt werden können. Die Eintragung erfolgt nach Antragstellung beim jeweils dafür verantwortlichen Firmenbuchgericht. In Wien ist dies das Handelsgericht, in der Steiermark das Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz und in allen sonstigen Bundesländern die jeweiligen Landesgerichte. Im Anschluss an die Eintragung ins Firmenbuch erhält jeder Rechtsträger eine eigene Firmenbuchnummer, welche gemeinsam mit dem zuständigen Firmenbuchgericht auf jedem Geschäftspapier sowie auf jeder oder auf der Webseite anzugeben sind. Das elektronische Firmenbuchverzeichnis besteht aus zwei Teilen, einerseits aus dem Hauptbuch und andererseits aus der Urkundensammlung. Im Hauptbuch finden Sie die wichtigsten Daten wie Firmenbezeichnung, Firmenbuchnummer, die Rechtsform, den Geschäftszweig, den Geschäftssitz, wer die Inhaber bzw. die Gesellschafter sind, das Eintragungsdatum sowie Informationen über die Geschäftsführung bzw. den Geschäftsführer. Und im Unterschied zum Hauptbuch befinden sich in der Urkundensammlung, ja wie der Name schon sagt, alle Urkunden des jeweiligen Unternehmens bzw. der jeweiligen Firma. Und hierzu zählen der Gesellschaftsvertrag, Musterunterschriften, Gesellschafterbeschlüsse oder aber auch die Bilanz.